Törlis Knöll ist am 13.09.1997 in Frankfurt geboren. Er ist 1,84 groß und Mittelstürmer. Sein Marktwert ist momentan 250.000 Euro. In der Jugend war Törlis Knöll in Darmstadt, Frankfurt und Mainz unterwegs. Seit dem HSV ist er am 01.07.2016 Vertrag bis 30.06.2018. Er ist Nationalspieler in der U20 und 4 Spiele gemacht, aber noch leider kein Tor geschossen. Sein starker Fuß ist der rechte. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017